Ein sonniges Hallo aus Gran Canaria. Willkommen auf dem Weg zu deinem wahren Ich. Willkommen in einer Welt, die darauf wartet, von dir neu gestaltet zu werden. Schließe einfach für einen Moment deine Augen. Stelle dir vor, wie dein Leben sein könnte. Wenn du die Macht hättest, deine Realität zu formen, deine Ängste zu überwinden, deine Träume zu verwirklichen. In unserer hektischen Welt, die sich von Tag zu Tag verändert, sind wir oft gefangen in einem Strudel aus Stress, Selbstzweifel. Wir versuchen, unsere Gefühle zu unterdrücken, uns mit oberflächlichen Ablenkungen zu betäuben. Und dennoch fühlen wir uns nicht wirklich zufrieden, nicht glücklich. Eher leer und unerfüllt. Aber was, wenn ich dir sage, dass es einen anderen Weg gibt. Ein Weg, der nicht nur darin besteht, vor deinen Gefühlen wegzulaufen, sondern sie anzunehmen, sie zu umarmen. Ein Weg, der dich dazu einlädt, deine innere Welt zu erkunden, um wahre Veränderung im Außen zu bewirken. Stell dir vor, du könntest in einem Zustand eintauchen, in dem dein Unterbewusstsein offen ist für neue Möglichkeiten, für Wachstum, für Veränderung, für Selbstheilung. Eine Welt, in der du die Grenzen überschreitest und deine verborgenen Potenziale entfalten kannst. Ob ihr es glaubt oder nicht, oder ob du es glaubst oder nicht, das ist die Magie der Hypnose. Spiele mit dir selbst das Spiel des Lebens. Hypnose hilft dir dabei, etwas Neues in dir zu bewegen. Eine Bewegung, die sich nicht nur darauf konzentriert, oberflächliche Probleme zu lösen, sondern tiefe, nachhaltige Veränderungen in deinem Leben zu bewirken. Ängste, Unsicherheiten, Depressionen, Panikattacken besiegen und dafür Selbstwertgefühl, innere Stärke, Willenskraft und Lebensqualität zu gewinnen. Tauch ein in eine Welt der bedingungslosen Akzeptanz, aber auch Selbstverantwortung. Hypnose, egal ob als Online-Hypnose oder als Einzeltherapie oder in einer Gruppe, in einem Seminar. Die Hypnose wird dir helfen, wie du deine Gedanken lenken kannst, um ein Leben voller Leichtigkeit und Erfolg zu führen. Begib dich auf eine Reise der Selbsterkenntnis. Begib dich auf eine Reise der persönlichen Veränderung. Und das macht dich persönlich zu einem glücklichen, strahlenden Menschen. Vor allen Dingen ein Mensch, der seine eigene Geschichte neu schreibt. Wenn du bereit dazu bist, genau diesen Schritt zu tun, bist du bereit, dich auf diese Reise zu begeben, die Reise zu dir selbst, dein volles Potenzial zu entfalten, dann setz dich mit mir in Verbindung. Geh den ersten Schritt, schau auf meine Seiten, seh dich da um und schick mir einfach eine WhatsApp. Ich helfe dir dabei, zum Architekten deines eigenen Lebens zu werden. Denn die größte Reise, die du jemals unternommen hast und unternehmen wirst, ist die Reise zu dir selbst. Ich wünsche dir einen erfolgreichen und schönen Tag.